Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Dattarossa Darts und heute ist sie angekommen. Meine neue Limited Josh Rock Edition. Wir packen sie heute aus. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Ihr kriegt so meine ersten Eindrücke mit und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jetzt geht's los. So, und dann machen wir sie jetzt mal auf. Ich habe jetzt nur das Label abgemacht, habe aber selber noch nicht reingeschaut. Ja, also ich bin sehr gespannt und ich freue mich jetzt richtig drauf, das mit euch auszupacken. Ich würde sagen, dass, ja, da können wir auch noch, ich bin immer ein bisschen sehr angespannt, wenn ich solche Pakete aufmache mit dem Cuttermesser, wenn ich weiß, was drin ist. So, es ist auf. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Und so, dann gucken wir mal. So, die Spannung steigt. Da sehen wir schon einmal die Verpackung von außen. Rocky Josh Rock PDC World Youth Champion Limited Edition von Mission Darts. Oh, ist die eingeschweißt? Oh. Oder was ist das? Ach, nee. Ach, das ist ein Schutzcover. Ah, das ist ein Schutzcover hier für das Booklet. Okay, das hat ja gut gehalten. Naja, gut, dann können wir es auch vielleicht abmachen. Mal gucken. So, das ist jetzt eins der 1001 limitierten Set. Das erste Set hat Josh Rock selber in seiner Sammlung aufgenommen. So, und jetzt gucken wir mal. Also die Box hier. Rocky Josh Rock PDC World Youth Champion in diesem, wie ihr seht hier, ja, silberglänzenden Chrom Design Limited Edition. Gut, ansonsten, Mission Logos. Und ein bisschen was drin ist. Das gucken wir uns gleich genauer an. Ich würde sagen, wenn die Box schon so schön ist, machen wir die mal auf. Dieser Moment. Für Sammlerherzen ist dieser Moment der allerbeste. Wenn du dieses Knistern in der Verpackung hörst und denkst, jetzt machst du sie das erste Mal auf und siehst die Darts das erste Mal in real. So, okay. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie das hier hält. Okay, also uns begrüßt auf jeden Fall schon mal die original handsignierte Josh Rock Karte. Ich habe auch noch keine Ahnung, welche Nummer ich habe. Ist das original signiert? Ne, das sieht gedruckt aus. Okay, das ist gedruckt tatsächlich. Ah, ich dachte, das wäre original signiert. Und, naja, gut. So, da haben wir ein bisschen Infotext. 1001 Set. Da sehen wir schon mal den Dart auf den Fotos. Und dann heben wir es mal raus. Okay. Also relativ schlicht, relativ clean erstmal die Box. Ich sehe schon die Nummer. Klasse. So, nehmen wir mal so einen Dart raus. Also wir haben 95% Tanksten Dart. Wir haben dort den Spieler-Dart 24 Gramm in schwarz eingefärbt. So, ihr könnt das sehen. Nummer 251. Ja, okay. Wer sich noch an das Video erinnern kann, über die Sammler-Darts generell. Also die Nummern von 1 bis 180 sind sehr beliebt. Dann so runde Nummern sind sehr beliebt. 501 ist sehr beliebt. Und dann so was wie 1000 oder 1001. So viel zu den Nummern. Fangen wir mal vorne an. Also, der Dart, der kommt mit der Sniper Point. Und zwar die Micro Grip Black. So spielt er das auch. Die Micro Grip Black, die gibt es in 28 und 32 Millimeter. So wie das hier aussieht, wird das die 28er sein. Schauen wir mal. Jawohl, das kommt hin. 27, 6. Das kommt hin, je nachdem wie das eingepresst ist. Also das ist die kürzere Variante. Ja, die Sniper Point Mikro vorne halt ganz leichten Grip mit drauf. Und hinten nochmal diese etwas dickeren drei Ringgrip-Elemente in der Spitze. Und dann so leicht angedeuteten bündigen Übergang. Gerade das Barrel vorne leicht abgerundet. Schwarz beschichtet. Das ist diese DLC-Beschichtung. Soll sehr hart sein. Also, ich sag mal, vom Aufprallen her oder so, eher wieder ein bisschen schützend sein. DLC steht für Diamond Like Carbon. Also, ja, dieser glänzende Effekt. Der sieht schon wertig aus. Irgendwie auch ein bisschen anders vom Schwarz her als jetzt zum Beispiel ein Noir oder so. Also, er glänzt sehr schön, muss ich sagen. Dann, wie gesagt, der Ringgrip. Ja, der ist fest. Also, das ist schon ein ordentlicher Ringgrip. Gerade dadurch, dass ja so viele Rillen sind, die sehr nah aneinandergesetzt sind und vorne leicht spitz zulaufen. Also, nach oben hin leicht spitz zulaufen. Ja, der bringt einiges an Grip mit sich. Genauso halt wie der Spieler-Dart. Ja, sehr schön. Hinterer Bereich, Mission-Logo, leicht abgeflacht dort zum Schaft und die eingravierte Nummer. Und das finde ich natürlich auch ein Highlight, weil gerade das ist bei den Sammler-Darts, bei den Limited Edition immer gefragt, die Nummer. Welche Nummer ist es? Und dass es dann halt auch eingraviert ist, ist umso schöner. Also, das macht nicht jeder Hersteller sich die Mühe, aber hier hat man sich die Mühe tatsächlich gemacht. Dann haben wir schwarzen Schaft und dann nochmal diesen Union Jack Flight mit dabei. Dunkles Design. Jo, stimmig. Davon das Ganze mal drei und ich glaube, hier ist noch Zubehör mit dabei. So, wenn mich nämlich nicht alles täuscht. Jawohl. Ah, wir bekommen einmal noch einen Mission-Pin mit dabei, mit Magnet. Dann haben wir hier so Flight-Protektoren, andere Flights nochmal. Ne, wobei Design und Flights ist da gleich, nur das Ganze mal drei. Aber dann nochmal die verschiedenen Längen der Schafts mit dabei. Und das ist es dann auch schon. Einzige kleine Enttäuschung, sage ich mal für mich persönlich, ist so ein bisschen die Karte. Da hätte man sich vielleicht doch die Zeit und die Mühe noch machen können, um das Original zu signieren. Aber, ja gut, das muss man dann mal gucken, wie man an Josh rankommt, um sich da nochmal ein schönes Autogramm auf der Box. Und das bietet sich halt hier auch an. Da ist jetzt nicht mit Mission-Werbung oder so das Ganze zugeklatscht oder so, sondern da kann man wirklich noch schön ein Autogramm hinzaubern und, ja, die Box noch was wertiger machen. Insgesamt sehr clean, sehr dunkel gehalten. Klar ist die Black Edition, sage ich mal, dort. Von daher habe ich da nicht viel anderes erwartet, auch von den Fotos her, das gleicht sich. Ja, ich habe hier leider so ein, zwei kleine Macken da in diesem Booklet drin, wo der Dart drin ist. Aber das ist erstmal soweit verkraftbar. Was cool ist, ist auf jeden Fall der Preis. Also 120 Euro für eine Limited Edition, die auf 1.001 Sets limitiert ist und auch noch eingraviert ist. Das ist schon ein Preis, der klingt gut und der ist vor allen Dingen auch gut. Vor allen Dingen, wenn man mal überlegt, was wir vielleicht noch von Josh Rock erwarten können. Ich glaube ja, dass er bei der diesjährigen WM, und da lehne ich mich jetzt schon mal ein paar Monate vorher richtig weit aus dem Fenster. Ich glaube, dass er mindestens im Viertelfinale stehen wird. Aber ich würde ihm auch genauso zutrauen, in den jungen Jahren schon auf den Weltmeistertitel zu gehen und auch ein Finale spielen zu können. Also von dem jungen Mann können wir auf jeden Fall viel erwarten. Von daher mein Kauftipp an der Stelle. Das ist jemand, der hat Potenzial, das entwickelt sich, die Auflage ist gut, die Box ist gut und der Preis ist gut. Also für alle Sammler, auch wenn jetzt noch Sets überall verfügbar sind, ich würde persönlich nicht zu lange warten. Da werden die Leute schon irgendwie geil drauf sein, um sich die Darts doch hinzustellen. Und wer weiß, was wir mal in ein paar Jahren von ihm erwarten können und wie das Ganze dann aussieht. Und das ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr schönes Set, was eine Wertsteigerung erwarten kann. Ja, soviel an der Stelle zu der neuen limitierten Black Edition von Josh Rock und Mission. Was kann man noch dazu sagen? Mission spendet pro Set, was sie verkauft haben. Also 1000 Stück gehen in den regulären Verkauf. Spenden sie nochmal 5 Pfund für eine Kinder-Charity-Aktion. Also wenn man das noch mit in den Preis so ein bisschen einkalkuliert, dass wir auch alle, die sich jetzt die Limited Edition holen, da auch noch ein kleines bisschen was Gutes machen. Aber vor allen Dingen halt auch Mission und Josh Rock da einen Teil von weitergeben. Finde ich das eine runde und gelungene gute Sache. Nein, wir werfen die Darts heute nicht ins Board. Die kommen in meine Sammlung. Und ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, holt ihr euch die Edition? Was haltet ihr vom Preis-Leistungs-Verhältnis dort? Und ist das interessant für euch zu sammeln? Oder glaubt ihr, nee, das ist irgendwie in einem Jahr vorbei, der Hype um Josh Rock. Und dann ist das ganze Thema auch durch. Ich sag wie immer vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch good Darts. Bis zum nächsten Mal. Euer Daterossa. Ich hab sie da. Sie ist da. Die Mie. Ich muss die Knie gehen. Aber ich bin nicht mehr groß. Nein. Ach. Und dann bauen wir mal um. Barrel vorne leicht abgerundet. Ringgrip, ja. Ach nein, Speichervoll. Willst du mich... Wochenende.